Der Arzt ist noch bei ihr. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Ist was passiert? Ist es mit Frau Kling? Wend nicht, Frau, wo bleibst du denn so lange? Wo ist mein Mütter? Sie holen sie gerade ab. Ach, ist das fürchterlich. Mein Beileiter Kling. Oh, vorgestern wollte ich nach ihr schauen, verstehst du? Aber sie hat nicht aufgemacht. Und gestern auch nicht. Da hab ich gedacht, da stimmt exakt was nicht, oder? Und dann? Dann bin ich rein, Mann. Wie willst du her? Und dann? Und dann, und dann. Der Fernseher ist gelaufen. Und sie ist auf dem Sofa gesessen. Wie eben gerade eingeschlafen. Mein Beileiter Kling. Ich hab mich vielleicht erschrocken, als ich gemerkt habe, dass sie echt tot ist. Da bist du da drin. Du kommst doch nicht der Angehörige tot. Du kommst doch einfach weg.